jetzt hätte ich angst vor dir erreichen meine nahtkämpfer um dich platt zu machen bei meinem weitläufer machst du doch was erst recht kein schaden mehr und meine schocken kann ziemlich gut ausweichen so ansonsten ist hier aber nichts wettbewegen das ist einfach nur eine fallgrube zum rein plumpsen sie auch nicht direkt hier irgendwas was damit verbunden wäre ach so das war kann man da irgendwo runterfallen da ist die treppe nee da wäre ich hier beim staircase bitte go on stairs wäre ich hier ok das heißt wieder ab nach oben und nein schön ich habe immer noch kein feuer schild will ich mal nur so anmerken da ist es eingefroren ich werde ihn totkriegen ich habe ihn tot gekriegt so kommt man da auch hin ja toll das muss ich für die vorsorgen die den sturz vielleicht nicht überleben da ich genug heikräuter habe hätte ich auch gleich dings misch potions draus machen können oder einem das hier geben ok danke für den rückweg den konnte ich gut gebrauchen ich merke ich bin immer noch dabei hier herum herum zu irren ok das war die falsche richtung das war die falsche richtung das war die falsche richtung das war das Da lang und da lang und los geht's. Nein, da lang ging's nicht. Gut. Dass wir das geklärt haben. Ich werde jetzt erstmal versuchen herauszufinden, was es hiermit auf sich hat. Und Federfall ist deaktiviert. Okay, ich steh hier safe. Ja, ihn kannst du ruhig angiften. Dagegen hab ich nicht viel. Denn er hält was aus. Oder du verfällst in Stasse. Das kann ich auch gut ab. Wie ging nochmal der Feuerball? Ei. Au. Hör auf. Dauert sie zu attackieren. Das kann ich ja nicht angehen. Rück zurück. Ich will den Heizauber nicht. Naja, volle Heilung war das jetzt nicht gerade. So. Ah, was zur Hölle. Was ist denn das hier? Äh, cancel. Load came. Was bei den neuen Göttern. Äh, bei den neuen Höllen. Schön zu uns alles. Das ist aber, nee. Da war ich wieder zu langsam. Äh, dum, 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 dum. Da ist der Weg nach oben. So, jetzt aber Feuerball. Achso. So geht der Feuerball. Jetzt habe ich wenigstens seinen Kumpel nicht angelockt. So, konnte er erstmal ihn töten. Genau, den Kumpel da. Das Donnergräuel finde ich unschuldig. Aber es macht Schaden. Teleport Controls? Ernsthaft? Oh, 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 oh. Wo habe ich ihn? Das war hilfreich. Kann ich kochen? Nein. Die Wasserflasche ist immer noch eine Wasserflasche. Das war falsch. Aber das klappt auch sicher nicht, oder? Nein. Schade. Das wäre so schön gewesen, dass ich vielleicht mal endlich wüsste, wie ich ein Süppchen aus den Dingern kochen könnte. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. athletics hast du natürlich mal wieder nicht und du hast athletics soweit ich weiß auch nicht okay also wieder im buch es ist magic staff defense christmas das ist auch wieder was hierfür geht feier resistenz auf alles plus 10 für 45 sekunden okay das ist nett energy and willpower und der schädel der kann auch mal mit das schwert of next das ist leider nicht ganz so toll wie unser schwert es ist halt langsamer und macht wind und macht die evasion runter gut dann kann das erstmal hier bleiben ich mach mal kurz ein quick save jetzt könnte kann ich mich schon mal frei bewegen ohne dass mich teleporter weg porten leiter höre ich wieder irgendwas schleimiges umklaue kreuchen so jetzt will ich erstmal nein erst mal würde ich gern wieder hierhin kommen da komme ich wahrscheinlich nie rein egal die teleporter sind noch an oh irgendeine sau schaltet die wieder an okay na da bin ich wieder hier ich glaube bevor ich irgendwas anderes mache versuche ich erstmal hier durchzukommen das geht noch das war falsch und ja ich mache jetzt wieder den speicher ladetrick weil das dauert einfach viel zu lange stehe ich hier hoch zu kommen und ich weiß ja auch halt nicht was sich hier befindet so 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 und nein gut los und da war ich zu langsam das ist das gemeine ich kann auch halt die zeit nicht verlangsam das wäre ein netter zauber time slowdown ja okay geradeaus weiter an dieser stelle der bird shark ist wirklich böse ja das kriege ich noch gerade so hin und da war ich mich noch nicht verlangsam 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 Vielen Dank.